Das Acer Spy One 725 ist das neue ultramobile Netbook im Lifestyle-Look, das durch modernste AMD-Technologie ein sensationelles Multimedia-Erlebnis in HD ermöglicht. Das Gehäuse ist mit 25 mm jetzt noch dünner und mit 1,2 kg noch leichter, passt in jede Tasche und kann so leicht überall mitgenommen werden, genauso wie das superkompakte Acer Mini-Go-Netzteil. Im ansprechenden schwarzen und blauen Design ist das Aspire One 725 ein richtiger Trendsetter mit überzeugender Optik, geeignet für jung und auch für alt. Ausgeschaltet ist das Aspire One 725 mit bis zu 4 GB DDR3-Arbeitsspeicher und große 500 GB Festplatten für Musik, Filme und Fotos. Modernste Netzwerktechnik mit 300 Mbit WLAN ist bereits integriert und ausgewählte Modelle verfügen auch über Bluetooth 4.0. Das Herzstück des Aspire One 725-Netbooks bildet die AMD Accelerated Processing Unit, auch APU genannt, die sowohl CPU-, Northbridge- und Grafikeinheit platzsparend und stromsparend auf einem Chip vereint. Das sorgt für noch mehr Effizienz, sodass eine Akkulaufzeit von bis zu 5 Stunden erreicht wird. Der neue AMD C60-Prozessor ermöglicht durch die beiden Rechenkerne und die integrierte Übertaktungsfunktion eine herausragende Leistung bei voller Multitasking-Funktionalität. Zudem erlaubt die AMD HD Internet-Technologie eine fließende Wiedergabe von 1080p Full-HD-Videos, die am 11,6 Zoll Acer HD Cine Crystal LED Display mit 1366 x 768 Pixel in brillanten Farben oder alternativ mittels HDMI an einem großen Flachbildfernseher oder Beamer dargestellt werden. Die integrierte AMD Radeon HD 6290-Grafik mit DirectX 11-Unterstützung eignet sich sogar für das ein oder andere kleine Spiel für unterwegs. Durch die neue Acer Webcam sind Videokonferenzen und Videochats ab sofort in HD-Auflösung möglich, während an der modernen USB 3.0-Schnittstelle Daten mit Highspeed transferiert werden können. Das Aspire One 725 ermöglicht intuitive Navigation durch Gesten mit dem Multi-Chester-Touchpad und verspricht hervorragende Ergonomie für komfortables Tippen zu Hause oder unterwegs durch die Full-Size Acer Chiclet-Tastatur. Wer unterwegs nicht auf volle Multimediatauglichkeit und lange Akkulaufzeiten verzichten will, findet im Acer Aspire One 725 ein super mobiles Netbook in besonders schicker Optik.